Hey ihr Rock'n'Roller, herzlich willkommen bei unserem dieswöchigen Wikileak. Ich habe heute ein kleines Hendrix-Lik für euch, wo ich euch ein paar Schmutznoten um die Ohren haue. Legen wir los und hören mal, wie es klingt. Los geht's, wir greifen mit unserem Zeigefinger, der linken Hand und mit unserem Mittelfinger den siebten und den achten Bund auf der G- und auf der B-Seite. Die beiden schlagen wir zusammen an und hämmern mit unserem Ringfinger in den neunten Bund der G-Seite und gehen wieder zurück. Ein klassischer Erfehl. So, weiter geht's. Wir hämmern in den neunten, schlagen wieder sieben und acht an, gehen dann über den neunten und den siebten Bund auf der D-Seite zurück. Jetzt greifen wir einen kleinen Marien mit unserem Zeigefinger über D- und G-Seite und spielen diese beiden zusammen an und hämmern mit unserem Ringfinger in den neunten Bund auf die D-Seite und gehen wieder zurück auf sieben, sieben. Rutschen dann zurück von unserem siebten Bund in den fünften Bund. Jetzt die Schlusssequenz, fünfter Bund auf der A-Seite, anschlagen, slide in den siebten, siebter Bund auf der D-Seite anschlagen und zurücksliden auf unser G im fünften Bund. Zusammenhängt. So, ihr Wikilicker, ich hoffe ihr hattet viel Spaß mit dem Ding, was wir heute gemacht haben. Transportierter sind alle Tonarten und experimentierter mit Drohnen. Hier noch einmal für euch zum Schluss. Wir sehen uns nächste Woche. Rock'n'Roll! 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 o